hallo ihr lieben guten abend zusammen bei den cosi tech talks im februar ja im februar herzlich willkommen schön dass ihr da seid das wäre hier vielleicht zum ersten mal ist da sage ich noch ein bisschen was zu wer heute eure gastgeber sind ihr seid bei cosi gelandet wir sind eine firma aus darmstadt die eben produkte mit digitale produkte mit kunden entwickelt dazu habe ich gleich noch ein bisschen mehr und das heißt dass das was ich heute vorstellen werde hier natürlich aus unserer praxis ist und ihr habt euch vermutlich schon gedacht als ihr den abstract gelesen habt da wird uns der konstantin wahrscheinlich etwas erzählen was nichts mit der arbeit von cosi zu tun hat nein so ist es natürlich nicht ich freue mich dass ihr da seid und dass wir heute diesen talk miteinander verbringen falls ihr fragen habt schreibt sie gerne in den chat wenn es keine fragen sind die wir direkt klären sollten wie oder anmerkungen hatten wir auch schon mal so live streams wie hey wir sehen keine folien mehr oder das und das eingefroren oder der ton ist wackelig oder sowas sowas werden wir da werden wir sofort darauf reagieren wenn ihr irgendwie fragen habt die wir am ende klären können dann freue ich mich darauf dass wir am ende da noch mal dann gesondert zeit haben eure fragen zu diskutieren für die die uns im youtube live stream zugucken interaktiv fragen diskutieren können wir auch im zoom call der link dürfte in den youtube chat notiert sein ihr könnt aber eure fragen sowohl in den youtube chat in die youtube kommentare als auch in den zoom chat reinschreiben genau dann lasst uns starten ich freue mich sehr dass ich mal wieder bei den cosi tech talk sprechen darf es hätte mir natürlich nicht träumen lassen dass das an einem tag passiert der in so trauriger weise irgendwie in die welt geschichte eingeht ich hoffe dass wir trotzdem heute einen produktiven abend haben besonders viel fröhlichkeit wird heute wahrscheinlich nicht aufkommen bei uns allen denke ich aber lasst uns zum thema einsteigen es geht um den markigen titel you build it you ain't gonna run it devops praktiken für it dienstleister und das womit wir uns viel beschäftigen werden sind diese silos warum silos ich will nicht über getreide oder irgendwas mit euch sprechen sondern silos weil dass die die it welt ist die wir quasi mit der devops bewegung ablösen wollen oder ablösen wollten weil die devops bewegung in den letzten zwölf 13 jahren schon unglaublich viel erreicht hat lasst uns noch mal kurz zurück gucken was das bedeutet diese silos und inwiefern wir silos in it organisationen haben die silos bedeuten dass wir auf der einen seite lange zeit und es gibt viele organisationen die auch heute noch so gestrickt sind software entwicklung haben die quasi change the business macht und es gibt auf der anderen seite software betrieb anwendungsbetrieb die run the business machen und die haben naturgemäß oder in der vergangenheit in dieser aufteilung haben die unterschiedliche zielsetzungen gehabt der entwickler für die entwicklung ging es immer darum möglichst viele features zu entwickeln schnell auf änderungen am markt zu reagieren hey wir haben eine coole idee was wir neues entwickeln können und das was man in scrum shippable product nennt oder potentially shippable product das regelmäßig möglichst zügig beispielsweise in zwei wochen rhythmen zu entwickeln der anwendungsbetrieb oder softwarebetrieb hat als ziel eine stabile anwendung bereitzustellen die kameraden lieben es überhaupt nicht wenn es da irgendwelche zwischenfälle oder schweren fehler gibt und das ist auch in deren zielen so verankert keine downtime zu haben ist wichtig das heißt wir haben auf der einen seite durchsatz auf der anderen seite stabilität die entscheidend sind als ziele und wir merken jetzt wieder es lohnt sich immer mal wieder darauf zu gucken wieso die vor der fops welt ist wenn man auf der einen seite durchsatz und möglichst viel veränderung hat und auf der anderen seite stabilität und möglichst wenig veränderung heißt das in der regel dass das nicht gut zusammenpasst und das ist das was wir aus einigen organisationen heute noch kennen dass wir sehr selten große umfangreiche releases machen software releases änderungen im produktivsystem die dann auch ganz schön wehtun können so und 2009 war dann so der startfunke der devops bewegung alzbo und hammond damals von flickr der ein oder andere wird sich noch erinnern das ist so der vorgänger von instagram quasi also eine foto plattform die standen auf der velocity konf in den usa und haben einen vortrag gehalten über 10 deploys per day und haben gesagt hey wir müssen diese mauer einreißen denn das hilft nix das bringt nix wir werden nicht erfolgreich sein wir schaffen es bei flickr mittlerweile zehn deployments am tag zu machen was heute in vielen modernen organisationen auch schon lächerlich ist da kriegen wir viel häufigere deployments im zweifel hin aber damals war das eben was völlig ausgefallen ist und wenn wir erfolgreich sein wollen müssen wir viel häufiger an unserer ende an unserer software stabile änderungen vornehmen was die aber auch sagen ist es gibt da so zwei gruppen in unternehmen und das was ich euch jetzt gerade zeige hier auf meinen folien sind original folien aus deren vortrag die etwas älteren semester werden sich wahrscheinlich noch an raumschiff enterprise die original serie erinnern da gibt es halt so zwei typen die das ganz gut verkörpern mr spock ist eher so die die software entwicklung der etwas komische typ der näher am chef sitzt und ganz intensiv über problemstellungen nachdenkt und analysiert und lösungen baut und es gibt halt scotty der unten im maschinenraum sitzt an irgendwelchen schaltern und knöpfen dreht schnell in aufregung gerät und viel rumschreit wenn irgendwas schief geht im maschinenraum und diese beiden charaktere muss man hat man in der devops bewegung gesagt müssen wir irgendwie zusammenkriegen denn am ende ist es egal ob wir stabile maschinen haben oder ganz viele features entwickeln die niemals das licht der welt erblicken das business wird niemals erfolgreich sein wir als team als company können nur erfolgreich sein wenn wir zusammen als dev and ops dem business dabei helfen erfolgreich zu sein und dafür müssen diese beiden etwas verschrobenen und speziellen charaktere miteinander zusammenarbeiten um dieses ziel zu erreichen zusammengefasst und das ist ja der spruch den ich so ein bisschen persifliert habe in meinem vortragstitel zusammengefasst hat werner focus der cto von amazon dass in diesem bekannten you build it you run it und das ist noch einen schritt weiter als das was alzbo und hammond eigentlich vorgeschlagen haben die sagen hey wir müssen sinnvoll kollaborieren um erfolgreich zu sein um das business voranzubringen und das was werner vogels mit dem mit diesem zitat sagt ist eigentlich hey es ist eine gemeinsame verantwortung für das ding und im zweifel führt das dazu dass die leute die die applikation bauen auch dafür verantwortlich sind sie laufen zu lassen und dass es keinen separaten betrieb mehr gibt der das dann irgendwann übernimmt und das heißt in letzter konsequenz auch das habe ich bestimmt schon auf ganz vielen devops vorträgen gesagt wenn es kaputt geht müssen die leute die die software entwickeln auch nachts aufstehen und es reparieren okay und die welt hat sich weiter gedreht wir haben nicht mehr 2009 es gibt viele moderne it unternehmen da draußen vielen moderne tech unternehmen und viele moderne unternehmen die gar nicht auf den ersten blick wie tech unternehmen aussehen aber es tatsächlich sind ja die eigentlich ihr kernbusiness ist elektroautos zu bauen oder ihr kernbusiness ist waren durch die gegend zu schicken aber am ende it firmen sind und vor allem in dem bereich hat sich unglaublich viel getan ist meine wahrnehmung in den letzten gut 12 13 jahren dass aus diesen organisationen in diesen produktorganisationen die waren schon immer so dass sie keine ständige trennung zwischen dev und ops hatten weil sie für sie überlebenswichtig war eben neue produktfeatures schnell und stabiler in den markt zu bringen oder sie haben sich in den letzten 10 12 13 jahren eben auf den weg der devops reise gemacht und haben diese diese mauern zwischen dev und ops eingerissen und was meine ich mit produktorganisationen produktorganisationen sind und da kann jetzt jeder entscheiden ob sein eigener arbeitgeber da reinpasst oder nicht firmen die erstmal originär selber ein digitales produkt bauen und das endkunden oder businesskunden markt anbieten was aber unsere beobachtung oft ist vor allem wenn wir mit kunden zusammenarbeiten bei denen dienstleister schon unterwegs waren ist sobald organisationen mit dienstleistern zusammenarbeiten müsste es dann eigentlich also auch aus meiner persönlichen erfahrung eher heißen you build it but you ain't gonna run it warum ist das so und warum was ist da meine erfahrung ich bin konstantin ich bin gründer und cto bei cosi und ich möchte heute aus meiner und unserer erfahrung dazu was beisteuern was ist meine und unsere erfahrung wir entwickeln wie gesagt digitale produkte für unsere kunden das sind abhängig vom produktlebenszyklus teilen wir die in zwei gruppen es gibt eben kunden die beginnen mit ihrer digitalen produktentwicklung das sind start-ups das sind unternehmen die bisher noch kein digitales produkt sondern ein klassisches physisches produkt oder eine dienstleistung angeboten haben und auf der anderen seite sind das kunden die bereits digitale produktentwicklung machen ihr produkt in der regel auch schon validiert haben und jetzt aber meist in der großartigen situation sind dass ihr geschäft schneller wächst als ihre mannschaft und die sagen hey wir haben jetzt keine lust irgendwie ein paar leute zu heilen denen wir dann jeden tag erzählen wo vorne und hinten ist wir brauchen eben leute die produktentwicklungserfahrung haben die ersten kunden haben meist keine it department oder irgendwelche eigenen entwickler und haben auch mit der digitalen produktentwicklung noch nicht so viel erfahrung aber wenn die wachsen und tatsächlich in validiertes umfeld kommen dass sie eben sagen hey wir wissen jetzt dass werden customer need getroffen haben dass wir echte produkte entwickeln die da draußen menschen mehrwert bringen dann ist das doch super und dann werden die im zweifel auch zu dieser anderen art von kunden das heißt eigentlich ist das was ich heute erzähle für beide arten interessant mit den einen entwickeln wir zusammen ein produkt was sie möglicherweise später irgendwann mal betreiben und wir jetzt erstmal für sie und mit den anderen die betreiben schon ein produkt entwickeln es schon und denen sollen wir dabei helfen aber was ist denn genau der unterschied nehmen wir mal davon aus dass meine beobachtung zutrifft dass in reinen produktorganisationen das gut funktioniert das was wir als devops begreifen und dass die die in dieser reise schon weit fortgeschritten sind und diese diese mauern niedergerissen haben aber was ist denn der unterschied dazu wenn auf einmal diese unternehmen anfangen mit partnern zu arbeiten mit it-dienstleistern zu arbeiten schauen wir uns dazu mal ein beispiel an in der regel ist es ja so dass dann auf einmal drei parteien an diesem spiel beteiligt sind und ich werde mir jetzt ganz doll mühe geben über den restlichen vortrag immer wenn ich von denjenigen rede die unsere kunden sind also organisationen die produkte für ihre kunden entwickeln von klienten zu sprechen und ansonsten von kunden sonst versteht ihr am ende wahrscheinlich keinen millimeter mehr weil wann ich welchen kunden gemeint habe denn endkunden müssen ja auch nicht immer konsumenten sein das können ja auch beispielsweise wieder andere business kunden sein den unser klient etwas anbietet so das heißt der klient in dem fall möchte eine software entwickeln oder ein digitales produkt entwickeln das seinen kunden helfen soll und in unserem speziellen fall jetzt das kann so wie eben links in dem bild dargestellt also digitale produktentwicklung starten kann so ein kunde sein der im moment kein it keine it abteilung hat oder es kann auch so sein dass er zwar ein it abteilung hat aber diesen moment eher damit betraut das interne netzwerk zu verwalten die menschen mit office 365 zu begleiten und so weiter und so fort also jetzt nicht prädestiniert dafür ein digitales produkt zu entwickeln und jetzt fragt er diesen dienstleister hilf mir doch bitte ich möchte jetzt in die digitale produktentwicklung einsteigen so und jetzt habe ich hier ein beispiel mitgebracht in diesem beispiel ist der klient ein mittelständisches unternehmen einer von diesen hidden champions in deutschland irgendwo im sauerland oder wo auch immer wo die ganzen hidden champions sitzen oder in baden württemberg und der stellt verpackungsmaschinen beispielsweise her also ein maschinenbauer der maschine erstellt mit dem andere business kunden quasi ihre produkte verpacken relativ automatisiert und versenden können und seine er nimmt von seinen kunden nimmt unser klient in diesem beispiel nimmt er den bedarf war dass die sagen hey wir hätten gerne sowas was wir jetzt in it als predictive maintenance betrachten würden oder sowas wie dass wir in echtzeit sehen wie es unseren maschinen geht und das wollen die wissen weil natürlich könnt ihr euch vorstellen wenn ihr euch so große produktionsstraßen vorstellt wo am ende das fertige produkt in kartons gepackt wird und automatisch gelabelt und verschickt wenn so eine maschine mal kaputt geht ist das total doof denn insbesondere wenn das produkte sind die schnell dass die produktionsstellen verlassen müssen in just in time kontexten wenn das gekühlte produkte sind oder was auch immer da ist das natürlich total doof wenn sich vor dieser maschine die produkte stapeln weil irgendwas kaputt gegangen ist jetzt ist es aber so bei diesem klienten der diese maschinen herstellt dass der ganz viele maschinenbauer beschäftigt auch vielleicht elektro ingenieure aber da hat niemand konkret erfahrungen damit so ein digitales produkt wie zu entwickeln was den kunden dabei hilft zu besser zu verstehen wie es der maschine so geht und ob man da vielleicht mal aktiv eine reparatur einen austausch von ersatzteilen jetzt anstoßen sollte oder ob sich da irgendwie was aufbaut dass die maschine möglicherweise demnächst den geist aufgibt und natürlich möchte ich auch relativ schnell wissen wenn es dann tatsächlich dazu kommt dass diese maschine ausfällt möchte ich das auch ganz schnell wissen damit ich im zweifel die produktion vorher anhalten kann und sich nicht vor der maschine der krempel stapelt so und der kunde sagt aber hey wir glauben dass das ein entsprechend nein jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht der klient sagt in diesem fall hey das ist für mich ein zukunftsgeschäft wir glauben dass das abhebt wir wissen es nicht genau wie aber wir sehen einen bedarf bei unseren kunden jetzt ist es richtig und in zukunft wollen wir das auch gerne selber weiterentwickeln und betreiben aber im moment ist das erstmal eine wette für uns und zweitens ist das so dass wir auch gar nicht so schnell die passenden leute finden würden die kunden sind sehr fordernd was das angeht wir müssen jetzt da nägel mit köpfen machen also das heißt wir entwickeln hier als dienstleister für einen klienten im zweifel jetzt in diesem beispiel ein digitales produkt was in der zukunft durch menschen weiterentwickeln und betrieben wird die heute noch gar nicht dort arbeiten bei diesem kehrl so und dann sind wir in dem klassischen szenario wir haben auf der einen seite auf der linken seite den it dienstleister der baut jetzt irgendwie ein digitales produkt und auf der anderen seite da haben wir genau diese mauer dazwischen ist der kunde der den kram dann irgendwann betreiben wird und wahrscheinlich auch weiterentwickeln so und jetzt ist natürlich selbst wenn jetzt der der it dienstleister hergeht und vermeintlich mit devops praktiken arbeitet oder agiles einfach nur agiles hoffentwicklung macht das ist ja alles schön und gut wenn der dann irgendwie zum beispiel beim it betrieb seines kunden die dann sagen hey die server werden wir direkt betreuen aber die weiterentwicklung und die applikationsbetreuung das müsst ihr erst mal machen da werden im zweifel genau an dieser mauer hier an diesem grenzwall irgendwie aufschlagen weil sie dann produkte entwickeln die zwar schön sind aber die gar nicht so in produktion kommen produktion kommen weil im zweifel die mitarbeiter bei diesem klienten das auch gar nicht handhaben können ähm was ist es wir haben bisher office 365 vorher haben wir ein exchange server betrieben und jetzt sollen wir hier die server betreiben was ist denn das wir haben da keine ahnung von äh was sind das für fancy spring boot in irgendwelchen docker containern geht uns weg damit aber geht es doch anders können wir das auch irgendwie sinnvoll so aufsetzen dass wir nach devops praktiken mit unseren kunden zusammenarbeiten und natürlich können wir das ist meine und unsere meinung denn sonst wäre der vortrag an diesem punkt zu ende und ihr würdet enttäuscht den zoom oder youtube stream ausmachen und was dabei hilft in eine betrachtungsweise reinzukommen wie man auch als als dienstleister nach devops praktiken arbeiten kann ist es ganz gut mal einen blick auf accelerate zu werfen ein unglaublich interessantes buch was ich am anfang erstmal ein bisschen beiseite gelegt habe weil es muss man zugeben zum teil deutlich spannender geschriebene IT-fachbücher gibt was aber interessant ist an diesem buch ist viele fachbücher die wir in einer agilen szene oder in der it haben die schreiben dinge auf die menschen im weitesten sinne erlebt haben gut finden dann darüber iterieren die sich eingebürgert haben user story mapping super methode aber da steckt keine wissenschaft beispielsweise dahinter das ist bei accelerate anders hier geht es nicht darum dass leute ein buch geschrieben haben und gesagt haben hey wenn ihr das und das macht werdet ihr erfolgreiche unternehmen und das ist übrigens devops sondern die haben das gemessen die haben sich angeguckt wie erfolgreich bestimmte tech unternehmen sind oder unternehmen die einen großen tech anteil in ihrem geschäft haben und haben versucht anhand von messungen zusammenhang herzustellen zwischen praktiken die diese unternehmen verfolgen intensiver oder weniger intensiver folgen und haben da versuchten zusammenhang herzustellen was machen denn die erfolgreichen unternehmen anders als die weniger erfolgreichen unternehmen und da gibt es die schlüsseln dann drei unternehmen auf die oder drei unternehmenstypen die pathologischen unternehmen die sind durch sehr viel angst und drohungen und ihr kennt das das ist der blueprint eines klassischen unternehmens wo die leute bestraft werden wenn sie einen fehler machen und angeschrien werden und die leute sehr politisch miteinander kommunizieren das heißt nicht eigentlich frei heraus sagen was ihre meinung ist sondern immer darauf gucken was könnte eine strafe auslösen wie sollte ich mich hier verhalten dann gibt es einen zwischenschritt bürokratische unternehmen die sind sehr regelorientiert also nicht ja machtorientiert sondern regelorientiert die sind halt super bürokratisch weil sie nicht diese einsamen anführer haben die dann alles diktieren und menschen bestrafen sondern weil sie eben alles über irgendwelche policies und regeln und so weiter abgebildet haben und dann gibt es die performance oder performance orientierten unternehmen die generativen unternehmen die sich klar auf eine mission fokussieren die sagen hey das ist unser unsere daseinsberechtigung das ist der grund weshalb wir hier sind und sich darauf fokussieren wie können wir dieses ziel diese mission erfüllen wie können wir das bestmöglich tun und nicht wie halten wir unsere policies ein oder wen müssen wir bestrafen wenn irgendwas nicht so läuft wie wir uns das vorstellen und in diesen unternehmen diesem dritten typen ist alles der frage untergeordnet wie können wir eine bessere performance erreichen wie können wir unsere mission besser erfüllen und die möchte ich mir jetzt noch mal genauer angucken das sind nämlich die von denen die autoren von accelerate festgestellt haben dass sie in verschiedenen dimensionen deutlich erfolgreicher sind als diese anderen unternehmensformen und ein grund ist dass generative organisationen sich darauf fokussieren was ihre mission ist und eben wie sie ihr ziel erreichen das hatte ich gerade eben gesagt und das ist eben ein wichtiger punkt um in diese devops reise einzusteigen und die leute die in produktorganisationen arbeiten die kennen das denen kommt das wahrscheinlich total bekannt vor die sagen hey wir unsere mission ist menschen miteinander zu verknüpfen business professionals linkedin oder unsere mission ist video plattform für also videos an jedem ort der erde für alle zugänglich zu machen youtube das grob die mission zusammengefasst so und accelerate beschreibt jetzt 24 schlüssel capabilities die erfolgreiche unternehmen ausmachen und eines davon ist schon support generative culture das heißt dieses in richtung einer mission eines ziels zu arbeiten und damit steht aber die frage im mittelpunkt als it-dienstleister welches ziel verfolgt mein klient eigentlich was wann ist der erfolgreich was möchte der erreichen und das ist eine frage die wir immer wieder feststellen die zu wenig it-dienstleister sich stellen wenn sie mit kunden zusammenarbeiten die frage die die meisten wahrscheinlich beantworten können ist wann sie erfolgreich sind hey wenn wir viele stunden abgerechnet kriegen hey und wenn wir möglichst vielen teams da drin sind und mitkriegen was der kunde so treibt und bla 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 aber die frage wann ihr kunde erfolgreich ist bin ich mir sicher können nicht viele beantworten so das heißt die wichtigste frage ist was verfolgt der klient für ein ziel und dann müssen wir als it-dienstleister dieses ziel das der klient verfolgt zumindest für eine gewisse zeit für einen begrenzten zeitrahmen zu unserem eigenen ziel machen sonst können wir ihm nicht ausreichend helfen das leitet uns aber zu der nächsten frage warum entwickeln wir eigentlich digitale produkte und das ist oft eine interessante frage weil wir immer wieder die herausforderung haben dass selbst die kunden die klienten uns nicht genau sagen können warum sie ein digitales produkt entwickeln ja wir brauchen halt eine app so und wenn wir hier einsteigen da hilft uns user stereo mapping von jeff patten bei der hat dieses schöne bild wer schon talks von mir gesehen hat der erkennt das wieder dass jeff patten sagt das ist relativ einfach warum wir produkte entwickeln es gibt da draußen menschen die irgendein problem haben oder indem sie etwas heute nicht so besonders gut tun können oder gar nicht tun können und wir helfen ihnen dabei dass sie es in zukunft besser tun können oder überhaupt ich gebe euch ein beispiel das problem ist unterwegs musik zu hören ja gut das problem hat spotify gelöst aber das hat nicht erst spotify gelöst eigentlich hat es spotify nur besser gelöst denn ursprünglich war das problem mal durch ein walkman gelöst worden ja ja und es gab vorher auch schon tragbare gramophone okay das war vielleicht die allererste antwort auf dieses problem ich möchte unterwegs musik hören aber so ein tragbares gramophon wer von euch hat das gehabt wer von euch hat einen walkman gehabt ja das haben äußerst wenige leute gehabt um damit musik zu hören ist auch überhaupt eine lösung aber die ist halt sehr anstrengend und aufwendig um unterwegs musik zu hören der walkman war viel viel besser ja das problem war aber der walkman hat auch die einschränkung gehabt dass wenn wir unterwegs musik hören wollen mussten wir die passenden kassetten dabei haben ja das heißt eigentlich wenn wir eine große auswahl haben wollen wenn man in urlaub gefahren ist und das nicht so wie ich gemacht hat der die ganzen kassetten dann bis zur unkenntlichkeit runter gehört hat 350 mal da musste man eigentlich weiß nicht ob der die aus eurer kindheit noch kennt diese geilen kassetten koffer mit benjamin blümchen drauf oder sowas ja also eigentlich musste man so einen geilen kassetten koffer dabei haben um immer die passende musik hören zu können so und dann wurde dasselbe problem wieder noch besser durch ein anderes produkt gelöst nämlich durch mp3 player wie den ipod aber auch da war es so dass du quasi integrierten kassetten koffer hattest in diesem ipod aber der war auch endlich das heißt wenn ich jetzt hingegangen bin und wusste beim beim anschließen des geräts an itunes und betanken mit musik wusste ich gar nicht dass auf einmal während ich in der stadt bin ich gerade lust habe lust bekomme im café sitzend reggae zu hören das musste halt auf diesem ipod drauf sein so das heißt dasselbe problem unterwegs musik zu hören hat spotify dann noch ein bisschen besser gelöst so das heißt produkte helfen menschen da draußen irgendetwas überhaupt zu tun das ist dann das tragbare grammophon oder etwas besser zu tun als sie es gewöhnt sind und deswegen bauen wir produkte und das was die kunden daran interessiert ist genau dieser outcome ihr macht das leben der kunden da draußen besser es gibt großartige fails auch in der it wo das nicht so toll funktioniert hat mit dem die kunden bedürfnisse erkennen und eben lösen ich weiß nicht wer sich noch an windows me erinnert das war halt ein riesen fail in der hinsicht weil man da haufenweise features eingebaut hat die microsoft engineers geil fanden damals kurz rund um die um die jahrtausend wende aber das ist ein produkt wo microsoft selber zugibt dass es ein absoluter reinfall war so das heißt die kunden sind an outcome interessiert und jeff panten schreibt dazu wenn die firma für die wir arbeiten mit der wir arbeiten und jetzt er meint das natürlich eher so die firma für die ihr arbeitet als angestellter ja wenn die nicht irgendwie den kunden was bietet was die für die hilfreich ist dann erreicht ihr auch eure ziele nicht als firma und dasselbe kann man aber genauso auf den IT-dienstleister übertragen wenn der klient es nicht schafft seinen kunden irgendwie mehr wert zu bieten dann wird er seine ziele nicht erreichen stark vereinfacht und dann gibt es noch ein zweites konzept das von impact dass jeff panten sagt dass wenn ihr dann eure ziele erreicht das ist eine folge davon dass ihr vorher outcome generiert habt denn wenn ihr den menschen da draußen helft und sie euer produkt cool finden und das benutzen und dafür bezahlen dann werdet ihr die ziele erreichen die ihr so habt und das ist impact so das heißt wenn wir uns noch mal dieses bildchen angucken die endkunden auf der rechten seite interessieren sich für outcome und der klient in der mitte interessiert sich für impact und unser ziel muss sein wenn wir nach devops prinzipien mit ihm arbeiten wollen wir erinnern uns an accelerate dass wir verstehen müssen zwei dinge verstehen müssen erstens wie generiert er outcome für seine kunden damit er als klient den impact erreicht den er gerne haben möchte denn das wird euch jetzt auch klar sein den impact den wir gerne haben möchten werden wir eigentlich nie sinnvoll erreichen wenn er seinen impact nicht erreicht und seine kunden den outcome nicht erreichen wie kann man das machen um das mal aufzuschreiben und zu verstehen hey was ist denn denn outcome und impact man kann wie wir es gerne machen ebenso product vision statements product vision sheets verwenden indem man mal die produktvision aufschreibt das ist eine vereinfachte variante von den business model canvases die vielleicht der ein oder andere von euch kennt da steht genau drin wer ist die zielgruppe was haben die für bedürfnisse und probleme das ist genau outcome und darunter steht geschäftsmodell also wie wird euer klient erfolgreich lieber it-dienstleister das ist das thema impact und das ist das der wichtigste erste ausgangspunkt so banal wie es klingt ihr werdet niemals devops praktiken sinnvoll anwenden können wenn ihr nicht damit anfangen das tatsächliche kundenbedürfnis zu verstehen sondern stattdessen irgendwie eine wunschfeature liste des sales teams eures klienten implementiert oder des marketing teams oder von wem auch immer ja ja wir wissen was unsere kunden wollen was unsere kunden brauchen wenn ihr zusammen nicht verstanden habt was der notwendige outcome ist und wie für euren klienten impact erreicht wird könnt ihr euch ist der der rest eigentlich devops theater weil ihr niemals auf dieses ziel das ist genau das was was in accelerate beschrieben ist auf dieses ziel hin arbeiten kann ihr fahrt also im besten fall mit angezogener handbremse und das ist ein schönes bild denn was dazu passt ist dieses das ist auch von jeff patten aber inspiriert durch henrik knieberg ihr werdet das bild wahrscheinlich kennen der ein oder andere henrik knieberg war lange bei spotify als agile coach unterwegs und er hat dieses bildchen mit mvp gemalt und was dabei rauskommt wenn wir eben den outcome und impact nicht richtig verstanden haben bei unserem devops theater sind meist so die obere wir bauen halten der kunde sagt hey wir brauchen ein auto und und dann fangen wir an inkrementellen auto zu bauen und am ende ist es fertig und wir stellen fest dass es vielleicht doch nicht das ist was was die kunden haben wollen unten ist eher so dieses hey wir würden gerne von a nach b kommen und dann wenn wir den wirklichen need verstanden haben der outcome den outcome der erzeugt werden soll dann können wir dann vielleicht auch sukzessive bebrauchbare lösung für die kunden erzeugen die da outcome generieren auf unsere maschinenbauer übertragen wer das erste eher so ein hey wir haben von dashboards und ai gehört wir brauchen jetzt dashboards und künstliche intelligenz und das zweite ist eher so unsere kunden müssen wissen sehr kurzfristig wenn eine ihrer maschinen auszufallen droht das kostet ihnen haufen geld und erst recht wenn diese maschine ausgefallen ist damit sie sofort darauf reagieren und ihren produktionsprozess anpassen stoppen können so und was wir von da aus dann machen wenn wir verstanden haben was der outcome für den kunden und was der impact für den klienten ist dann fangen wir an kleine experimente zu machen in kleinen losgrößen den begriff kennt im deutschen kaum jemand deswegen habe ich den englischen nochmal dazu geschrieben also small batch sizes das heißt nicht immer irgendwelche big bang riesen releases das werdet ihr auch mittlerweile hoffentlich in euren organisationen schon so praktizieren aber wenn ich davon ausgehe dass ich ganz genau weiß welche features der kunde braucht hey wir brauchen wir brauchen unsere kunden nicht zu fragen wir wissen was die brauchen dann kann ich auch alles erstmal fertig entwickeln und mich dann wundern dass es niemand dass es bei niemandem outcome erzeugt in accelerate sprechen sie davon arbeitet in small work in small batches und foster and enable team experimentation so das heißt wir machen kontinuierlich kleine experimente um die kundenprobleme da draußen möglichst 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 zielgenau zu lösen und wenn ich das tue heißt das dass jedes release meines produktes auch ein funktionierendes produkt ist und nicht einfach nur potentially shippable software sondern es ist ein echtes funktionierendes produkt was die kunden da draußen ausprobieren können ob es den outcome erreicht den sie sich vorstellen also ist das wirklich so cool mit diesem spotify oder funktioniert das eh nur wenn ich im café im wlan sitze aber wenn ich mit meinem cabrio durch die welt fahre und auch durch tunnels und dabei reggae hören will dann ist der empfang halt so schlecht dass eigentlich der mp3 player oder der der walkman eine viel coolere lösung dafür ist damit jedes release ein funktionierendes produkt hervorbringt müssen wir continuous integration einsetzen und da ähm accelerate sagt auch dazu eine dieser 24 key practices ist implement continuous integration und da werden jetzt wahrscheinlich die meisten von euch sagen ja komm konstantin ganz ehrlich dafür schalte ich jetzt hier ein damit du mir erzählst zur continuous integration machen das ist doch ein alter hut machen wir schon ewig ist das wirklich so also continuous integration auch so wie es ähm wie es accelerate postuliert ähm also so dinge wie test automatisierung ist das nur ein automatisierter bild was ihr da habt oder ist das wirklich continuous integration und wer meinen vortrag zu ci theater kennt macht ihr trunk based development das ist auch eine der 24 key practices die accelerate identifiziert hat das trunk als erfolgreiche tech unternehmen mit hoher wahrscheinlichkeit trunk based development einsetzen und nicht git flow feature branches und was weiß ich für ein zeug damit die eben in hoher geschwindigkeit stabile funktionierende releases raushauen können natürlich ist nicht ganz verwunderlich dass das in diesem buch accelerate drinsteht einer der autoren ist jess humble wer aufgepasst hat bei meinem ci talk weiß dass jess humble einer der autoren von dem buch continuous integration ist äh continuous delivery ist und da ganz hart ähm für ähm trunk based development trommelt und eben keine feature branches zu verwenden ich lege das buch hier nochmal auf äh was mich letztes oder vorletztes jahr schockiert hat ist dass dieses buch jetzt schon über zehn jahre alt ist und es immer noch genügend unternehmen gibt die kein echtes continuous delivery und auch es noch nicht mal echte echte continuous integration sind aber continuous delivery ist ein wunderbares stichwort um damit weiterzumachen denn einer dieser key practices ist auch implement continuous delivery ja okay wenn ich continuous integration mache und ständig lauffähige produkt inkremente hervorbringen soll ist es schon relativ klar dass ich continuous delivery auch ähm verwenden sollte aber was heißt denn das eigentlich das heißt dass die applikation die ich ausliefer das digitale produkt das ich ausliefer immer in einem releasable state sein muss das ist auch die folge wenn ich trunk based development mache dann heißt es immer ja aber konstantin ganz ehrlich aber es funktioniert bei uns nicht dann landen ja im zweifel sachen auf dem trunk und damit in produktion die gar nicht funktionieren ihr müsst immer dafür sorgen dass die anwendung die ihr schreibt immer in einem release fähigen zustand bleibt und da gibt es schöne patterns in dem buch continuous delivery von jess und david die zeigen wie man das eben erreichen kann es hat sich aber noch es ändert sich noch was wenn ihr dieses mantra verfolgt hey wir müssen verstehen welchen outcome sollen wir für unseren sollen wir gemeinsam mit unserem klienten für seine kunden erreichen und dafür machen wir kleine experimente und liefern kontinuierlich funktionsfähige produkt inkremente am markt aus um zu verstehen ob die lösung den outcome erreicht funktioniert dieses spotify so toll und das was accelerator dazu beschreibt ist automate your deployment process so und wenn wir das dann vergleichen so in der alten welt ist das so dass wir wenn wir mit kunden zusammen gearbeitet haben als dienstleister was hat der kunde von uns gekriegt der hat ein repo gekriegt mit code drin und der hat dazu ein bild gekriegt in ganz früher in shell dann irgendwie in arnd wenn man java benutzt hat dann maven jetzt ist maven vielleicht schon gradle und so weiter und so fort und was ist dabei rausgefallen der kunde hatte also als deliverable von uns dieses hey hier ist der code da ist der passende bild prozess dazu den kannst du jederzeit den kram auschecken diese beiden bausteine den bild laufen lassen und es kommt ein executable daraus es kommt eine lauffähige software dabei raus so und das ist genau diese silo denke denn das heißt hier kommt kommt ein stück lauffähige software raus die man laufen lassen kann wie du die laufen lässt da musst du dir selber gedanken darüber machen das heißt wenn wir aber nach devops praktiken mit unseren kunden zusammen arbeiten wollen sieht das ein bisschen anders aus da gibt es auch ein repo mit code und sowas drin und dann gibt es pipelines die eben nicht nur build beinhalten sondern die alles mögliche beinhalten wie zum beispiel auch infrastruktur bereitzustellen in dem der das produkt dann läuft und das heißt was der kunde dann bekommt wenn er diese aus diesem repo das auscheckt und die pipelines ausführt oder eigentlich nur die pipelines ausführt weil die schon das repo im zweifel auschecken er kriegt ein lauffähiges produkt in dem ersten sind wir in diesem silo modus hey wir drücken auf ein knöpfchen und dann fällt was raus womit wir immer noch überlegen müssen wie wir das betreiben und in dem anderen ding fällt ein wirklich lauffähiges produkt drauf danach kann nicht auf nur auf eine webseite gehen zum beispiel wenn es ein web produkt ist und bin drin was hat aber das zur folge ihr müsst das produktiv system wenn das so funktionieren soll dann ist jede umgebung quasi wird gleich gebaut wenn der kunde ein produktiv produkt aus dem repo auschecken können und aufgebaut bekommen soll dann ist das produktiv system auch nur yet another environment ja und nicht ein ja wir müssen mal gucken wir bauen jetzt erst mal ein paar test umgebungen auf und dann schauen wir mal und am ende haben wir so ein paar handcrafted umgebungen und dann bauen wir noch ein handcrafted produktionssystem dazu mit am besten noch ganz viel pet infrastruktur wer meine devops talks kennen also die die wir so streicheln und um sorgen nichts nicht kettel infrastruktur sondern so welche die wir von hand gebaut haben hegen und pflegen das hat nichts mit devops praktiken zu tun denn was der kunde ja eigentlich erhalten soll ist zu jeder zeit kann er ein lauffähiges produkt sich erzeugen nicht ein executable so und das führt dazu dass über die zeit die applikation das eigentliche produkt oder ja die applikation und die zuhörige infrastruktur parallel zueinander wachsen und nicht so ein hey wir bauen erst mal ein code fertig und werfen den auf eine handcrafted umgebung und am ende oder es gibt vielleicht so ein paar test umgebungen die haben wir auch mit so ein bisschen terraform magie erstellt haben wir bei kunden auch schon öfters gesehen und dann irgendwann kommt die frage ja wir wollen dann in drei wochen live gehen auf welcher umgebung und wie soll die entstehen es gibt hier zwei handcrafted test umgebung und wie wollt ihr jemals live geben es gibt nichts in produktion gar nichts oh das ist schlecht so das heißt es entsteht yet another environment es entsteht die infrastruktur parallel zu eurer applikation und genau das haben wir beispielsweise beim digitalen produkt spiel digital 2020 gemacht wir haben im nachgang mal nachgeguckt wir hatten 120 änderungen allein am infrastruktur code während dieser vier monate viereinhalb fünf monate in denen wir das das produkt gebaut haben das heißt diese infrastruktur hat sich auch kontinuierlich mit dem applikations code entwickelt so gehen wir noch mal zu dieses zu diesem bildchen zurück wenn wir tatsächlich herausfinden wollen erreichen wir den outcome also erst mal läuft das ding in produktion überhaupt wenn wir schon sagen wir fangen von vorne an produktionsgleiche umgebungen zu stanzen und alles dafür vorzubereiten produktionsgleich heißt wir müssen später auch irgendwann you build it you run it gucken ob es run ob es läuft ob es funktioniert so das heißt wir wollen erst mal rausfinden mindestens mal ob die software funktioniert das nächste ist dass wenn wir sagen hey wir helfen dem klienten dabei herauszufinden wie das passende produkt aussieht womit der outcome bei seinen kunden erzeugt dann müssen wir auch irgendwie messen ob das der outcome beim kunden überhaupt ankommt also dieses was wir hier unten sehen in dem unteren beispiel wieder dass der kunde irgendwann zum beispiel sagt hey ein fahrrad erfüllt mein outcome vollkommen ich brauche nicht mehr ja und das finde ich eben nur über monitoring und metriken raus und indem ich wirklich ein produktiv system haben produktives produkt was die ganze zeit wächst ja so und nur so accelerate spricht von gather and implement customer feedback oder kommt zumindest so nah dran wie möglich ja das ist auch was wir zum beispiel mit der spiel digital gemacht haben sehr schnell laufende produktversionen erste produktversionen mit denen echte aussteller echte medienschaffende gearbeitet haben und wir dann wieder verstanden haben was ist denn good enough for now für dieses produkt was er was erzeugt denn den outcome bei diesen ausstellern beispielsweise so und wenn ihr jetzt mit einem klienten zusammenarbeitet der eine eigene it infrastruktur hat und eine eigene eigenes it team mit eigenen tools und so egal ob die euch fancy genug sind ob wir das cool finden dass die ihren kram mit irgendeinem tomcat oder am besten noch in einem wildfly cluster deployen versucht bei diesem produktionssystem aufbauen so nah wie möglich an das toolset des kunden ranzukommen wenn das nicht an das klienten ranzukommen wenn das nicht änderbar ist denn es bringt euch nichts wenn ihr auf irgendwie so einer hübschen grünen wiese ein quasi produktiv system aufbaut und irgendwann gibt es dann doch wieder diesen cut und ihr übergebt es an die die interne it des klienten und die sagen was sollen wir damit können wir nicht betreiben ja das heißt versucht so nah wie möglich zieht euch layer an baut euch tools oder was auch immer versucht so nah wie möglich an das ranzukommen was der kunde sowieso der klient verzeihung sowieso einsetzt betreiben kann und gewöhnt ist und was den natürlich auch helfen kann diesen klienten ist dass sie am anfang die lösung für ihn betreibt und er sukzessive da rein finden kann in diese neue produktiv umgebung die vielleicht auch mit neuen tools gebaut ist auf die ihr euch verständigt habt so wenn man sich dieses bild nochmal anguckt dann fällt hier was auf dass die eigentliche applikationscode sich von schritt drei auf schritt vier gar nicht ändert dass aber die infrastruktur wächst und das kann nur passieren wenn wir tatsächlich lauffähige produktversionen ausliefern lauffähige produkte und dann feststellen dass die infrastruktur nicht mehr zu dem passt was an last durch die benutzer auf dem produkt drauf ist accelerate spricht eben davon relativ schnell rauszufinden wie das nutzungsverhalten auf der lösung ist aber wie kann man das feststellen naja indem ihr ich hatte es vorhin schon mal anklingen lassen von anfang an in dieses in dieses digitale produkt metriken und alerting einbaut das heißt auch selbst wenn ihr in so einer pilot phase beispielsweise seid schon dinge trainiert wie was passiert denn wenn die wenn die anwendung und downtime hat wer wird denn benachrichtigt wer guckt denn nach und so weiter um das alles schon mal einzustudieren accelerate spricht von check system health proactively und das ist ja sowas was wir in der vergangenheit bei diesem wir werfen das über den zaun zu ops als ganz großes problem hatten dass die dann ein stück software gekriegt haben und keine ahnung hatten im problemfall da rein wie man das wie man das fixen soll und da rein zu gucken denn na erstmal ist es so mussten wir ehrlich sagen als software entwickler dass wir uns häufig in der vergangenheit dafür auch nicht interessiert haben wie das mal betrieben wird denn man hat uns ja immer erklärt das ist nicht unsere aufgabe also haben wir uns noch keine gedanken darüber gemacht aber ich höre immer noch die klagen der ops mitarbeiter die immer gesagt haben ey das was diese software entwickler da bauen das kann kein mensch betreiben ich sehe nichts ja ich werde voll geschüttet mit log statements im fehlerfall mit denen kann ich aber nichts anfangen die hat sich irgendeinen idiot ausgedacht aber die bringen mir bei der fehlersuche überhaupt nichts weiter ähm es gibt so hardliner aus der devops szene die sagen ihr werdet nie wieder ein debugger verwenden sondern wenn es ein problem in eurem system gibt findet das über eure metriken und über euer tracing raus nicht indem ihr durch die anwendung steppt was mit microservices mittlerweile sowieso vollkommen unmöglich ist in vielen kontexten sondern nutzt wenn ein fehler auch während der software entwicklung auf einem test system auftritt nutzt die tools die möglichkeiten die ihr auch nachher in production verwenden würdet verwenden würdet und ich glaube ich habe es nur ein oder zwei mal in meinem berufsleben bisher gemacht an einen produktiv server remote einen debugger dran zu hängen und das ist was wovon ich auch deutlich abraten würde eat your own dog food ähm das heißt du kann ihr könnt dann sehr schnell rausfinden wie verhält sich eure anforderung und genau wie ich es eben sagte sie dazu verwenden wenn irgendwelche probleme in einem test system auftreten nein ihr lasst es dann nicht lokal laufen äh mit einem lokalen docker setup oder sowas und versucht dann euch mit dem debugger zu verbinden sondern ihr nehmt genau dieselben mechanismen wie später im produktivsystem und wie findet ihr dann sowas raus wie in dem bildchen eben naja indem ihr frühzeitig ähm Lasttests mit eurer anwendung macht ja wir hätten die wahrscheinlich bei der spieldigital noch frühzeitiger und noch häufiger machen können ähm denn es geht nicht nur um frühzeitig am anfang ist wenig da was man testen kann hey wir haben einen Lasttest gemacht und was gab es ja es gab eine login page großartig naja frühzeitig und kontinuierlich sodass ihr schon während der software entwicklung merkt und auch während die erste pilotkunden oder sowas drauf kommen wo hakt es in dem ähm system wo sind belastungen wo sind möglicherweise performance engpässe und jetzt sagt er hey Konstantin das verstehen wir ähm das klingt gut ähm wir würden gerne so arbeiten wir würden gerne mit unseren klienten so arbeiten als IT-Dienstleister aber wir wären gerne andere Menschen wir kommen noch nie dazu denn das Problem ist wir würden gerne kontinuierlich ausliefern geht aber nicht wir müssen laufend warten und zwar auf Designer die der Kunde eingekauft hat auf die Rechtsabteilung beim Kunden die irgendwelche Dokumente und irgendwie Open Source Bibliotheken checken muss auf das Sales Team beim Kunden weil die uns irgendwelches Feedback geben sollen auf Marketing beim Kunden die irgendwie Texte absegnen müssen und bla 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 auf Content den der Kunde schicken soll und nichts zuletzt auf deren IT weil wir irgendwelche Zugänge brauchen Firewall Freischaltung bla 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 ähm wir kommen hier mit dem was du beschreibst überhaupt nicht durch die Tür wir können nicht kontinuierlich liefern weil wir ständig von anderen ähm Abteilungen die bei unserem Klienten sitzen abhängig sind naja und dabei haben wir sie wieder das ist genau das wie hey wir können eigentlich nicht regelmäßig ausliefern obwohl wir schon immer Scrum machen weil unsere IT nur Monatsreleases Quartalsreleases Halbjahresreleases macht so und was hilft uns dabei auch dabei gibt es aus dem aus dem aus der DevOps Ecke Dinge die uns helfen können und das sind Kollaborationsmodelle die uns helfen diese Silos zu ähm vermeiden und die sollen eben uns dabei helfen am Anfang stand immer dieses Mantra DevOps heißt Kollaboration zu fördern zwischen Teams ähm und das was ich jetzt zeige ist inspiriert durch Team Topologies und die entsprechende Seite DevOps Topologies von Matthew Skelton äh unter anderem und ähm die Kooperationsmodelle die ihr dann verwenden könnt und wer schon DevOps Vorträge von mir gesehen hat der kennt das das könnt ihr genauso als IT Dienstleister verwenden wenn ihr beispielsweise mit Klienten zusammenarbeitet und die eine Design Agentur gehirrt haben oder ihr mit der internen IT zusammenarbeiten müsst also für zum Beispiel die Design Agentur ist es total cool wenn ihr es schafft um kontinuierlich zu liefern die mit in euer Team reinzunehmen die Designer die da euch was eigentlich zuliefern und ihr dann ständig auf die wartet ihr könnt mit der internen IT zum Beispiel sowas vereinbaren ähm dass ihr sehr stark über Self Service arbeitet so nach dem Motto hey wir wollen euch nicht jedes Mal anrufen müssen wenn wir einen neuen Server brauchen um da drauf was zu installieren gebt uns doch einfach eine API über die wir uns einen neuen Server provisionieren können der dann genauso aussieht wie ihr euch das vorstellt hier ist auch Site Reliability Engineering ein guter Ansatz dass der Kunde nein der Klient eben sagen kann hey äh meine IT hat gewisse Anforderungen an Dinge die wir an den Betrieb übernehmen und nach diesen Site Reliability Engineering Prozessen von vornherein zu Beginn eines Engagements festzulegen was sind zum Beispiel Production Ready Kriterien wogegen müssen wir entwickeln sich darauf zu einigen kollaborativ und zu sagen wir wissen ganz genau wie etwas aussehen muss was dann die Mitarbeiter beim Klienten in der IT in Betrieb nehmen und zu guter Letzt was man natürlich und das ist das was Matthew Skelton The Promised Land of DevOps nennt das ist auch das härteste Ding die härteste Nuss zu knacken wenn ihr da IT Teams habt und um die einzubinden beim Klienten einen kontinuierlichen Wissensaustausch damit die das alles kennenlernen sind ebenso Kollaborationsmodelle wie Job Rotations wie gegenseitig an Stand-ups teilzunehmen und so weiter eine gute Idee und diese Modelle können wir dann auch übernehmen wenn der Klient dann irgendwann soweit ist dass er sagt wie unser Maschinenbauer hey das Ding hebt ab meine Kunden lieben das ich habe jetzt ein ganzes Scrum Team eingestellt auch mit Dev-Mitarbeitern und jetzt sollen die das bitte weiterentwickeln und auch betreiben denn wir wissen als IT-Dienstleister ja auch ganz genau dass in der Regel wir immer nur auf Zeit mit Klienten zusammenarbeiten und da können wir genauso diese Modelle verwenden dass wir eben im ersten Fall Mitarbeiter des Klienten aus dessen Softwareentwicklung aus dessen IT einbetten in unser Produktentwicklungsteam die gehen ein ganzes Stück Weg mit uns zusammen wir machen nicht irgendeinen schwachsinnigen Übergabe-Workshop von zwei Tagen ballern die voll mit allen möglichen Informationen die für die nicht nützlich sind oder vielleicht doch aber sie haben sie dann morgen eh schon wieder vergessen und geben ihnen eine Wiki-Seite auf denen angeblich alles steht sondern wir entwickeln zusammen an dem Produkt sie lernen wie das Alerting funktioniert das Monitoring funktioniert wie man Features hinzufügt wie die Architektur tatsächlich konkret funktioniert genau und das kann natürlich kann entweder damit haben wir die besten Erfahrungen gemacht wenn der Klient dann Menschen entsendet die wirklich über einen Zeitraum mit uns zusammen ein Produkt entwickeln und das so kennenlernen und dann wird das ein sehr sehr fließender Übergang besser als alle anderen Mechanismen was aber auch geht ist diese Kollaboration die ich schon ansprach dass immer mal wieder Job-Rotations stattfinden für einen gewissen Zeitraum Menschen in das Team kommen um eben Know-how über dieses Produkt aufzubauen und was auch total wertvoll ist wenn irgendwas schief geht ihr messt ja eure Software ihr habt vielleicht Probleme da drin ihr monitort das ihr verwendet Tracing um rauszufinden warum bestimmte Dinge nicht funktioniert haben macht Blameless Post Mortems und teilt die mit euren Klienten das ist so viel besser zu das wäre so cool wenn man ein gebrauchtes Auto kauft und der Käufer oder der der Verkäufer einem als Käufer alles auflistet was bisher mal mit diesem Auto war und man dann nicht irgendwelche bösen Überraschungen erlebt mit ja also ganz ehrlich wenn ich mir das richtig angucke der Vergaser der war mindestens schon zweimal völlig im Eimer und der Motor der macht es auch nicht mehr lange hat ihn der Verkäufer aber nicht erzählt oder äh nein und das ist das was ich hiermit meine wenn ihr immer transparent das aufschreibt und mit euren Klienten teilt hey wo gab es Probleme und wie haben wir die gelöst dann wissen die im Zweifel wenn sie später auf sich alleine gestellt sind haben die ein ganz anderes Know-how in dem sie nachgucken können also Blameless Postmortems sind wunderbar um Wissen über die Applikationen mit den Klienten zu teilen und zum Abschluss gibt es noch so ein paar ähm obvious things ähm verwendet immer als IT-Dienstleister ganz brachial grundlegende DevOps-Praktiken beispielsweise macht eure Arbeit sichtbar niemand hat etwas davon wenn ihr eure Taskboards wenn ihr eure Backlogs wenn ähm eure Applikationsmetriken wenn ihr die einfach irgendwo versteckt und nicht dem Kunden zeigt Accelerate spricht von make the flow work visible through the value stream das heißt wenn ihr mit anderen Teams beim Klienten zusammenarbeitet oder auch nicht nur mit mit deren äh Business zusammenarbeitet zeigt ihnen ganz deutlich äh was da an Arbeit passiert ob das jetzt Miro Mural whatever Jira keine Ahnung was ist egal zeigt ihnen was welche Arbeit bei euch passiert kümmert euch kontinuierlich um Shift Left also so Dinge wie Security wie Lasttests und so weiter nicht am Ende hey wir übergeben das jetzt an dich Kunde und äh Klient und ähm um den Persilschein zu haben machen wir jetzt einmal einen Lasttest und machen einmal ein Security Assessment und dann kannst du auch dann später nie wieder bei uns klopfen und sagen ey ihr habt mir da Schund hingestellt ähm Accelerate sagt zum Beispiel an dem Fall Security ganz deutlich erfolgreiche Tech-Unternehmen machen ein ganz knallhartes Shift Left für Security ähm so Dinge wie DevSec Ops und so weiter kümmert euch immer darum könnt ihr aufwändige lästige Dinge weiter nach vorne ziehen und kontinuierlicher machen und alle sind verantwortlich in eurem Produktentwicklungsteam nicht der Product Owner nicht der DevOps Guy nicht der Klient nicht die IT des Klienten nicht die Nasen die der Klient entsandt hat nein alle sind verantwortlich auf das Ziel was man identifiziert hat wie es der Klient schafft Outcome bei seinen Kunden zu erzeugen und ähm damit Impact bei sich zu generieren wie man darauf ähm hinarbeitet und wenn alle verantwortlich sind führt das automatisch zu Continuous Improvement das ist die Art wie wir versuchen zu arbeiten ob wir dem jeden Tag im äh in den Engagements mit unseren Klienten gerecht werden das können die am besten entscheiden ähm aber ihr seht hier die maßgeblichen Elemente wir wollen am Anfang verstehen was sind der Outcome und der Impact ähm und dann ähm ähm versuchen wir dem Kunden eben dem Klienten dabei dieses Ziel entsprechend zu erreichen und dem wir regelmäßig funktionierende Produkte Produktversionen liefern das ist das was ich euch heute erzählen wollte wie man auch als Dienstleister DevOps Praktiken einsetzen kann und es nicht ein hey you build it but you ain't gonna run it scheiß drauf now it's an Ops Problem wird ich habe noch äh zwei drei Kleinigkeiten in eigener Sache anzukündigen vielleicht habt ihr es in Social Media schon gesehen wir hatten eine sehr in die Jahre gekommene App für unsere Tech Talks um sich anzumelden um Videos anzugucken und so weiter die haben wir Grund überholt wenn euch das interessiert ähm schaut mal rein in die App Stores ladet euch die runter da könnt ihr eben ähm die Tech Talks auch äh auf eurem mobilen Endgerät genießen und ein weiteres internes Tech Talk äh Thema ihr wisst nach dem Tech Talk ist vor dem Tech Talk das heißt nächsten Monat im März wird der Niklas einen Vortrag halten zum Thema was ist eigentlich Web 3.0 ich bin schon sehr gespannt darauf was er uns da erzählen wird und zu guter Letzt diesen kleinen Werbeblock werdet ihr mir noch verzeihen ähm wenn euch das gefällt was ihr hier hört und ihr gerne mit uns arbeiten wollt als Klient oder bei uns im Team ähm kommt gerne auf uns zu wir freuen uns immer auf neue Klienten mit denen wir arbeiten können und natürlich auch auf neue Mitglieder im Team so und damit bin ich mit dem durch was ich euch heute als Impuls mitgebracht habe und ähm bin gespannt ob ihr Fragen äh habt und die Menschen die interaktiv mit uns diskutieren wollen für die wäre es die richtige Zeit dann jetzt vom YouTube Livestream nach Zoom zu wechseln ähm deswegen warten wir auch ein bisschen weil der Zoom äh weil der Livestream immer ein bisschen Versatz hat damit ihr genügend Zeit zum Wechseln habt Vielen Dank fürs Zuhören 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 Zuhören